ja hallo hier ich bin jetzt auf die südseite von der heidenmauer nur in odilienberg und ich zeige es euch hier mal mauerreste seht ihr denn das alles hinter mir sind mauerreste diese mauer ist man kann sagen das ist so klein das kann jeder mensch das machen aber ich werde mal einen steil von der mauer zeigen ja ein stein damit ihr sieht wie groß die steine ist es in kleinen keine kleine steine sind riesen felsbrocken und perfekte quadern geschnitten ich sage es euch erst einmal hier mal das ist der der rest von mauer ziemlich so wie inka mäßig nur aus südberuf und das sind wie gesagt da sind noch mehrere ja hier hinten sind mehrere so jetzt sage ich hier mal diese ich bin gerade hier auf einen stein der perfekt geschnitten ist ja ich bin ja auf diese stein kann ich noch ein bisschen rückwärts laufen aber sehr vorsichtig nicht dass ich runterfalle ja so und das ist ein und das ist ein quadern das ist wenn man hier sieht auf die seite ja ist kerz gerade geschnitten und auf die andere seite auch kerz gerade geschnitten ja kerz gerade geschnitten und ich bin hier auf diese steine ja also die steine noch höher genau wie nach vorne laufen ja ist riesig ja bestimmt diese seine steine die wiegt ungefähr so 60 tonne weil es ungefähr fünf meter hoch oder vier meter hoch ja fast die hälfte von einem baum ist es von der größe her oder von der höhe her ja okay also bis zum nächsten ja was ich finde weiß ich nicht okay tschüss